Einen Tag noch bis zum Start, es ist kalt, 5 Uhr morgens. In Kampancen, 4.100 Meter hoch, ist nicht mehr lange, aber dann geht es los und da oben kommt die Sonne endlich. Der erste Tag auf dem Guantimara Trail ist eine ziemliche Katastrophe. 20 Zentimeter Neuschnee, alle sind aufgebrochen, alle sind runter, keine Chance das Basislager zu erreichen. Ein bisschen gehen die Wolken jetzt auf, aber es ist hart. 20 Zentimeter Neuschnee. 20 Literatur perlösen. 20 Sekunden davon abrösen, gegen 100 Meter nach oben zu den Alkohol, 20 Kilometerheber mit dem Z économen. 30 Minuten Pause. Das war's. Die letzten 300 Meter. Hallo. Bis zur Grenze. Dann ist der Great Himalaya Trail vorbei. Hallo. Hier ist der Grenze. Das ist super. Hallo. Das ist super. 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 Das ist super.